Hallöchen, herzlich willkommen zu Borderlunch! Guter lässt dir ausrichten, er hätte da eine Kleinigkeit, die du für... Also, was du gehört, geh ins schwarze Brett von New Haven, Tobi. Das schwarze Brett wieder? Ah, ja, ist wieder grün. Gesucht! Frische Fische! Die gibt's nicht. Das ist eine Lüge. So, aber das Guter will auch noch was. Gibst du mal bei Helle, Peace ab, ich geh kurz zum Scooter. Jo. Danke. Hey, komm rein und sieh dich um. Schiefe versenkt. Hey, dann bis später. Hey, in gezwarbare Untersätze, und zwar in allen erledigen Farben. So, jetzt haben wir noch das hier, das Chaos beseitigen. Tyler Kopp getötet, mit Claptop besprochen. Töten wir mal wieder jemanden. Ja. Ja. Wo ist der? Ähm, Doktor, da oben? Ja. Gibt's da noch was für ein bisschen Brett? Oder das ist so ein Ausmaß? Woop? Ja. Was passiert? Ja. Hat die, da ist Helena Pierce drin, hat die noch mal eine Kiste? Nein, ne? Halt du durch. Nein, das geht nicht. Nein, nein, ich dachte, okay, ich dachte, der da oben war. Bin leid. Verdammt. Ne. Was suchst du? Ich hab da noch die Dings ein bisschen. Du hast die Kiste aufgemacht. Ja. 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 Was macht die denn, wenn du mit's will? Oh. Wie cool. Die haben den Container noch aufgemacht. Ach, jetzt sind sie auch einmal wieder da. Ja. Du warst da allein. Ja. Warum? Wir müssen mit Blue Boating my left for that spielen. Das könnte sehr, sehr interessant werden. Okay. 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 Halt! Ich will. Doch, das haben wir dich jetzt. Ach, jetzt müssen wir überall wohin. New Haven. Wir sind in New Haven, oder? Ja, wir sind in New Haven. Dann machen wir noch Erics Wecksachen. Wo müssen wir da hin? Ah, da drüben. Ja, dann gab's schon das Hohlkreuz hier, hm? Ja, mit dem Doktor. Was? Du bist dein Hohleskreuz. Lalalala. Ah, ja. Erics schmutzige Zeitschriften. Ja, genau. Hm. Hm. Das ist ja immer noch passiert und so. Hm. So wie bei... Borderlands 2D-Pawna-Häftchen, ne? Der Scooter. Ja, da kommt sich in den Fasen weg, zuerst. Ja, hab ich geskillt jetzt gerade. Ah, und deswegen bist du immer so in den Alarm-Gitter dran. Ja. Okay. 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 Die haben angefangen! Die wollen nur spielen. Oho. Spiel ich mit? konnte immer das ist niemand der schießt meine Freunde außer mir ein bisschen besser die Schlüsseljagd hier Schütze? oh hehehe Bidum, 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 bidum. Wollte ich grad Loki eine verpassen. Ja. Das ist doch. Einfach mal draufhauen. Wo nix ist, kann doch nix kaputt gehen, ne? Ein Medikit. So, das nächste habe ich auch schon. Ah Tobi ist einfach weitergelaufen, er hat uns kämpfen lassen, er ist weitergelaufen. Ich habe die andere Richtung angeschlagen, die kurzer war. Ich habe keinen Grund darin gesehen, mich dadurch durch das ganze Gebiet durchzukämpfen. Doch, natürlich, Spaß. Ja, die geben so weniger Verhandlungsboote, das ist so. Waffenkiste nicht. Das ist doch vollkommen egal, das macht Spaß. Spaß und Artefakte. Ja. Wenn man nur schmutzige Heftchen sammelt. ... ... Was ist das? Bleib tot! Jetzt müssen wir mal wieder zurück! Das sind hier keine Autos! Doch! Warum benutzen wir die nicht? Weil die ganz da oben sind. Dann laufen wir grad vorbei. In New Haven gibt's Autos. Wer hat da grad so ein Handy vor sich hingemiesst? Gemiesst? Das war so ein Schnäuzer. Ein Schnäuzer? Was ist denn ein Schnäuzer? Ein Schnäuzer. Das ist ein weiblicher Schnäuzer. Auf, auf und davon! Du weißt wohin? Ja, jetzt rechts. Und dann immer geradeaus. Wir kommen da nicht durch. Dann müssen wir aber zurück. Ganz zurück. An New Haven vorbei. Bis zum Ende, Ende wo der Kontin... Das ist... Da kommen wir doch auch nicht durch! Dann bringt das Fahrzeug gar nichts. Wenn wir nicht so ein Heben durchfahren können. Na kacke! Samtagst! Tch, 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 tch. Das ist eine Scheiße. Halt, hier geht's lang. Jungs, 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 Jungs. Ich hab' dann nicht voller Käse. Nein, die Fresse. Was ist denn? Was ist denn? Das ist so mal das Ding kurz, oder? Dann haben wir's. Das ist wie Tontorben schießen hier. Die kommen hier raus und fallen um. Die kommen hier raus und fallen um. Die kommen raus und fallen um. Zieht. Okay. Ja, nehm. Ja, discarded. So ist es jetzt allerwesens dort geblieben, um's abzugeben. Nööööööööö- bei entschieden von den Jungs ich hol das Ding kurz Orte und Taubenschießen wie Tote und Taubenschießen wo sind sie alle bei mir ich habe es zu tun gibt es ab bleibt da ich habe keine Ahnung wo wir jetzt nächstes hin müssen deswegen ist egal dieser Blitz ist voller Müll heißt der nicht auch Müll-Dora? keine Ahnung ich wette wir stehen hier schon goldrichtig und jetzt müssen wir warten bis er wieder zurückkommt ich beginne warum den Scheiß hin angenommen Erics Werkssachen das gute oder die gute Frau hier hm was kann ich für dich tun denn in der PiS hat mehrere Sachen aber davon ist es nicht achte der die Quest wieder geändert ne nö nö mit denen sich diese abliefern müssen also du bist vom Ablieferort weit entfernt mit und 8 mehr nö 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 Töte ihn für mich, wenn du ihn siehst. Nein, das ist einfach ein stinknormaler Bürger. Bürger? Ja, Erik wahrscheinlich. Die Läden haben neues Kommentar. Weil ein Geräusch als wäre irgendwas aufgegangen, aber nichts ist passiert. Was? Okay, Mo, was machen wir als nächstes? Ah, du musst schnell reisen wahrscheinlich. Taylor Cop. Ja, guck, jetzt kann man gerade was mit. Wir müssen nach Rust Common East, das kannst du auch ausbeseitigen. Oder, okay, wir machen das fast. Also, ich reise nach Rust Common East. Ja. Keiner im Menü, bitte. Bitte, bitte. 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 Okay. Schön. Geht das? Nein, leider nicht. Wo wollte ich nach East, ne? Rust Common East. Geht. Oh, schade. Ich hoffe, wir ins Fahrzeug setzen und dann schnell reisen. So wie bei Farquay 5, wo man dann einfach mal die Position wechselt im Hubschrauber, wenn man damit reist. Wenn du Tennis siehst, sag ihr, dass sie zu mir nach New Haven kommen soll. Woher sie ihre Sachen auch kriegt. Ich kann ihr einen besseren Deal machen. Ah, da runter ist gar nicht so weit weg. Apropos Far Cry, ich habe die Alien-Waffen jetzt. Aus dem Space DLC. Was, wenn du siehst, kann man die Green-Zies auch zusammenspielen? Ja, wenn wahrscheinlich beide die DS haben, kann man die auch im Korb spielen, ja. Blödes Steinchen. Das ist ein Stein. Die wachsen auch nur da, wo die ganze Scheiße runterläuft. Ja. Grüne Daumen. Nee, ist ganz da hinten. Ja, aber ich will ja die andere erst machen. Ich habe die jetzt bloß angenommen, aber nicht. Ich bin ein bisschen aufs Rechen. Ab und ein bisschen da hoch von der Korb an rein. Okay. Äh, wo, wo ist der? Ich habe mich reingestupft. Eine Feinstupsung hat stattgefunden. Was? Direkt ein Stupf. Das ist mir voll mal ein Spruch versaut. Eine Feinstupsung hat stattgefunden, ja. Haben wir Taylor Cop nicht schon mal getötet? Aber wir haben, weiß ich nicht. Aber wir haben ohnehin mit die drinnen schon mal getötet. Da ist ne Gatling. Ja, warte doch. Ich war mal so frei, der hat das Schild von der Gatling weggemacht. Okay, ist gut. Außenrum, würde ich sagen. Rechts. Teil 10? Über die Brücke in deinem Echt. Nein. Ah, Brücke. Link. Das andere ist rechts. Ja. Ja, da ist Nummer 1. Ja, ich lieg. Nein, ich hol dich. Ich stehe. Okay. Da hinten ist nur mal irgendeine da. Weil ich gerade immer noch den Raketenwerfer drin hab. Ja, der hat keinen. Ich lieg hinter mir. Hinter mir? Ja, hinter mir ist einer. Ja, Entschuldigung. Da steh ich wieder. Der war gerade hinter mir. Der, der, der hier. Das war ja gerade, ja. So, das ist auch weg. Die andere ist noch da. Hat aber kein Schuss. Ich könnte es hinkriegen. Ja. Ja. Ich glaube es. Ich werde zum Doktor. Was Luf macht, weiß ich nicht. Dann war Luki. Okay. Danke. Blut für den Blutkorn. Ich möchte ein Schädrohrer für den Schädrohrer. Ich will einen Schädrohrer für den Schädrohrer. Ist der in Ernst? Es ist keine Spaß. Und Tobi kennt Wachenkisten. Es ist immer Zeit, eine Wachenkistung zu machen. Wacht jemand einen Medi-Kick? Oblich so eine Wachenkiste für jemanden verkaufen lässt. Ich kann halt Wachenkisten riechen. Das sage ich jetzt nicht verzeihen. Ja, wo ist er jetzt? Der muss doch hier irgendwo sein. Oh! Das tut einem ein bisschen leid, ne? Aber nur ein bisschen. Oh! 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 Ah, der muss da hinten. Ah, okay. Ich glaube, der ist da, wo ich mich letztes Mal hingebackt habe. Ich meine, wo ich versehentlich hingehübst bin. Ja, hingehübst bin ich da. Ja, wer hat der? Oh, oh. Freunde! Ja? Feuerwerk! Wo bist du? Bei mir ist es auch perfekt. Aber in realen. Ja, hilf, hilf! Oh, zwei! Ja, beide haben ja Schild hier. Beide sind weg. Oh, weg, die sind hier so viel. Du schießt nicht mit dem Raketenwerferaufweg, du nicht! Oh, ich nehm den mal. Ja. Will jemand den meinen anderen? Oh, Doktor, komm mal her, guck dir diesmal Revolver in der Mitte an, der Lidia net. Ich komme sofort. Oh, ein Shotgun, Revolver, 70 mal 7. Wo, 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 wo. Der in der Mitte, der was Lila ist. Ist doch. Okay, warte mal. Oh, der ist nice. Ganz an der Tier gehört, du hast doch gerade in den Boss weggeplatscht. Danke, 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 danke. Probier mal, was er macht. Oh, pass mal, guck mal hier, 7. 7 Anschusswerker pro Schuss. Das ist der Shotgun, Grimmel, ja? Oh, so, hu, hu. Nicht schlecht. Das ist genau dein Ding, oder? Äh, ja. Jetzt fehlt dir bloß noch ein Shotgun-Raketenwerfer. Ja, ja. So. Jetzt willst du aber noch mit Klebi sprechen hier. Das kannst du da hinten. Ja, wir können hier runterhüpfen, glaube ich. Hier, wieso hier? Ich würde vorne rausgehen. Ja, wegen den Fahrzeugen ist mir auch kein eigenes Fall. Da können wir hinfahren. Ach, das ist ja genau da. Ich hab mich beguckt. Ja, hier rüber. Geheb mal kurz mit dem. Huh? Wo ist denn dieser Kierke? Was ist ganz hier oben? Oh, ich bin gleich da. Ich dachte exakt gleich, oh, ich bin gleich tot. Ohne Meister bleiben mir zwei Optionen. Ich kann deinem Gelaber lauschen, oder? Es steckt mir eine Elektrode in mein hinteres Relais und fühl mich gut. Ich geb dir, was du brauchst, aber dann verzieh dich. Was macht ihr? Ich mach dich bereit. Deine nächste Aufgabe wartet. Ich mag unlösbar scheinen, aber ich weiß, du schaffst es. Ah, wie geil. Hallo, am schlaften Reck in the middle of nowhere sind neue Geschichten. Wow, 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 wow. Janestowner, warum denn nicht mehr? Hallo, Crazy Earl hat weitere Jobs, die er diesem Kammerjäger anvertrauen möchte. So, dann machen wir mal den grünen Daumen. Und schließen das Ventil noch in dieser Folge, dann haben wir's auch, Beroke. Ja, ist ein bisschen traurig, aber Mist. War das richtig rot? Nee. Auf dem Götter hinten ballert er rum. Irgendwo müssen wir denn hin? Ah, da hinten. Okay. Da draußen dann links. Äh, rechts meine ich was. Ich weiß nicht, ob die Wagen noch stehen. Äh, nein. Einer steht noch. Einer steht noch. Einer steht noch. Einer steht kaputt. Und schau dir ein. Kauf dir ein Erste E-Vergit. Du wirst es nicht bereuen. Du wirst es nicht bereuen. Oh, genug zum Verkaufen, dann weg damit. Da durch. Ich meine, es müsste jetzt genau hier sein. Da ist es. Oh. kein Fahrzeug machen wollen. Zeit, seine Sprezz-Tour. Hm, nö. Geht's immer noch nicht? Doch, es geht schon, aber es kommt immer grau. Was kommt immer? Es kommt immer grau. Es kommt immer grau. Du musst mir mal die Farbe ändern. Ja. Habe ich versucht, aber ging irgendwie nicht. So, die Wasserpumpfung ist. Da, wo wir gerade aufgeräumt haben. Ja. Easy. Okay, komm. Ah, jo. Ja, hier haben wir doch gerade immer geschnetzelt oder so? Schnetzel, Schnetzel. Oh, geschnetzelt, ey. Das wäre jetzt auch was Tolles. Das wäre auch mal wieder gut, ey. Mit Kassspatzen. Nein, geschnetzelt ist nicht mit Kässpätzle, aber sonst. Mhm, mhm. Du hast so richtig gescheite Kässpätzle, waren auch wieder geil. Ja, aber da brauchst du auch geschnetzeltes dazu. Nee, nee. Bei der verballten Seite, ne? Ja. Mettbrötchen. Mettbrötchen. Oh. Ja, die von der war doch gleich hier unten, oder? Ja. Ich gebe mal das ab. Ja, mach doch. Ja, mach doch. Ja, ich muss hier runterhüpfen, deswegen. Der in seinem riesen Blumenpalast hier. Der in seinem riesen Blumenpalast hier. Ich bin der Inventierende, schalte damit die Wasserpumpe aus. Die Bogen werden sehr bald eingehen. Danke für deine Hilfe. Ich war noch nie ein guter Kämpfer. Uh, Raketenwerfer. 80 mal 7. Nee. 8 mal 70, so rum. Oh, ich muss einen Schnaps trinken. Warum? 444.999. Geld. Hey. Eine bessere, nee, die ist besser halt. Mein Geld ist 567.000. 355.200, nee, 350.256. Danke, was hast du mit deinem Geld gemacht? Alles ausgegeben. Alle über 400.000, Doktor. 35.000. Jetzt gibt der Sparfuchs nur, ne? 394.000. Na, kommt den Sparfuchs erstmal weg. So, nächste Woche machen wir dann. So, ich suche jetzt schon raus, wenn wir nächste Woche nicht gehen. Ich bin schon fertig. Ich dachte doch grad. Dann geht's zum Rauchsignaler mit und nach Old Haven. Und danach macht man dann Preachers Landing mit gesucht Fische und Schiffen versenken. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüssi. Servus. Tschüss. Shuf. Tschüss. Vielen Dank.